So, jetzt schmeiß den raus, den Tuppes. Egal, was passiert. Andere Mütter haben auch noch schöne Söhne. Sie gibt immer ihren Senf dazu. Stimmt. Weißt du, ich koche so gerne, aber manchmal hasse ich meinen Job. Fehlt wohl der Chefkoch an deiner Seite. Es hat dich erwischt. Du fandest ihn doch total nett. Nett, nett, nett ist die kleine Schwester von Schoen. Oh Mama, solche Sprühe brauche ich schon mal gar nicht. Meine Mutter ist unmöglich. Freitag, 20.15 Uhr im Ersten. Vielen Dank.